So, willkommen zurück in Tarnigma. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, das weiß ich. Oh, ja, oh, ja. Planetenbrecher. Zatsch. So, hier kommen jetzt jeden Fall keine Gegner mehr. Dann faszinier mal mit. Nicht schon wieder. Ja, trifft mich noch. Tschüss. Tschüss. So, hier gab es noch eine Truhe. Drachenrüstung. Und wenn ihr das Drachenanker nicht aufsammelt, kommt ihr hier nicht weiter. Ja. Autsch. Hallo. Pupillabreit auf. Ja. 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 Nein, hier war nichts. Ich weiß, dass hier kein Kristall war. Okay, Bosskampf. Etoderung quält Dossi. Was? Ich war noch nicht mal da und schon wurde ich geröstet. Wie könnte es das denn? Ein Sternenfisch seht ihr auf Vario Zoo, Level 23. Oh, ich hasse diesen Bosskampf. Klatschen hat er da. Klatsch. Hüton DeLong ist vernichtet. Dossi schaut Barrio an. Hornzauber! Was kann denn nochmal Hornzauber? Hm, ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Molero, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. Doch bei meinem ersten Proflug stürzte ich in die Green Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und beschützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung. Also komm mit mir, ich zeig dir was. Du bist ein Freund von Perry. Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Ortakustladen in Jamai begann Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Und hier ist schon mal das Blech, was wir holen können. Das brauche ich nämlich auch später. So. 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 Jetzt muss ich nach Jamai. Wie der Will schon sagte. So. 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 Da gab es nämlich noch ein Kristall. Dann mischt. Da gehe ich erst mal ganz zum Schluss rein. Da gehe ich erst mal ganz zum Schluss rein. Jetzt bin ich wieder da. Australien. Aber ich bin schon irgendwie zu weit. Ich suche noch eine bestimmte Insel. Was ist das? Oh! Abwehr-Elixier. Xenas-Sperr. Ist das etwas, was ich brauchen kann? Verwandelt Abwehr in K.P. Okay. Das sind so spezielle Waffen. So, wo ist jetzt diese eine Insel, die ich suche? Bei Seelands waren wir schon. Ja. Ja. So. 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 ich glaube ich mache jetzt das zuerst und dann gehe ich in das andere ja mal und hier beende ich eben den Part ciao ciao